Heute zeigen wir unser Konzeptfahrzeug, einen Transit-Plug-in-Hybrid, den wir bereits in einem Feldversuch in London austesten mit verschiedenen Flottenkunden unterschiedlichster Art, sammeln Daten und bereiten uns eben auf die Produktion für nächstes Jahr vor. Es handelt sich um einen seriellen Hybrid. Wir haben momentan einen 50 kW Elektromotor dort eingebaut. Wir haben einen Range Extender, das ist unser preisgekrönter 1 Liter EcoBoost, der während der Fahrt in der Lage ist, das Fahrzeug wieder aufzuladen. Aber man kann eben auch extern laden, deswegen Plug-in-Hybrid mit einer 14 kWh Batterie versehen. In der Regel kommen wir schon auf 50 km rein elektrische Reichweite. Es tut ihm auf jeden Fall gut, in der Stadt rein elektrisch fahren zu können. Fahrverhalten ist ja eh schon gut beim Transit Custom und es wurde eigentlich durch die Batterie noch besser, durch den tiefen Schwerpunkt. Wir werden das Fahrzeug Mitte nächsten Jahres auf den Markt bringen und anbieten. Wir werden das Fahrzeug wieder auf den Markt bringen. Wir werden das Fahrzeug wieder auf den Markt bringen.